Ich bin die Angela Merkel. Was? Bitte? Ich bin Angela Merkel. Frau Merkel? Ja? Zur deutschen Politiklage im Moment, sind Sie zufrieden oder nicht? Im Moment bin ich gar nicht zufrieden, was die Grünen gerade leisten. Okay, wie sieht es denn aus mit so eventuellen Religionsschreitigkeiten innerhalb von Deutschland? Weil das ist ja auch immer ein Thema. Die Muslime interessieren mich eigentlich gar nicht. Die Christen sind sehr wichtig für das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich! Angela? Ja? Wie sieht es denn aus mit unserer Rentenversorgung? Weil wir haben halt Leute, sag ich mal hier zum Beispiel die Eva. Eva? Ja? Siehst du? Und solche Leute sollen halt später unsere Rente zahlen, Angela. Dann haben wir ein kleines Problem. Wie stemmen wir das? So welche Leute sind eigentlich in unserem Parlament vertreten? Ja gut, aber wissen Sie, wie denn der Deutsche Staat aufgebaut ist, Frau Merkel? Ja, die Rentenversicherung ist sehr gering. Das sind die alle sehr zu schätzen. Ja, danke Frau Merkel. Möchten Sie noch irgendwie grüßen? Den Herr Schäuble oder so vielleicht? Frau Seehofer? Ich möchte gerne die SPD und die FDP grüßen. Ach, so einen kleinen Gruß an die Konkurrenz also. Ja. Ja gut, danke Frau Merkel, ne? Ich will sie sagen.